Schauen wir den nächsten, ich denke mal ein dicker Speer. Der dicker Speer, dann springt er! Wieder wieder 80, wieder 90, Junge, 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 Junge. Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil der Angeltour vor Mallorca mit Jonas, Dennis und Robert. Es dauert nicht lange und Dennis drillt einen kleinen Speerfisch, der umgehend markiert wird, um mehr über diese unfassbaren Tiere zu erfahren. Also ab ins Wasser mit dem Burschen und schon passiert es wieder. Die Bremse greift und Jonas pariert den nächsten großen Speerfisch. Leider steigt dieser aber im Sprung aus und für uns geht es zurück in den Hafen. Der krönende Abschluss ist definitiv der frische Falls AlbaCore. Wir kommen wieder!